So, dann sag ich mal hallo und herzlich willkommen zurück bei Kingdom Come Deliverance. Ich bin der Zoborow und ja, wir müssen Stinker hier seinem Schicksal überlassen und müssen den Timmy suchen. Der wird bei der Mühle sein, da werden wir mal hinreiten. Was ein interessantes Versteck er hier doch hat, ne? Also muss man mal sagen. Pass mal auf, wo ist unser Pferd? Das müssen wir dann mal suchen und dann heißt es... Da oben zum Weg hin und da oben ist die Mühle. Alles klar. Die Windmühle. Alles klar. Pferdchen. Und dann brauchen Sie sich suchen. Wo bist du? Da bist du. Freund der Sonne. Hallo Peppels. Auf geht's. Richtung Windmühle. Ich glaube, das ist die Richtung, ne? Sind wir da richtig? Ich glaube, ja, genau. In die Richtung sollen wir. Oh, Mensch, ey. Also, so. Machen wir es da mal hin auf die Socken. Er sagt auch, irgendwo ist hier ein Versteck, also wie von den Räubern. Das wird uns sicherlich der Timmy erzählen können, wo das genau ist. Halt, stopp. Da war ein Weg. Da, ich drehe durch. Naja, wenn man hier nicht will, dann. Neue Stufe reicht. Reiten. So, macht euch mal dünne. Ich will hier... Ne, das muss jetzt nicht sein. Aber wie gesagt, wir müssen auch wieder ein bisschen Bogen schützen üben. Ich glaube, dann werden wir auch ruhiger mit der Hand. Ich glaube, das hilft uns auch gewaltig weiter. Hier sind wir auch schon gewesen, glaube ich, ne? Hier sind wir schon gewesen. Ja, sicher sind wir hier schon gewesen. Ganz klar. So, interessanter Ort da unten. Und hier unten haben wir die... Das ist ein Festgeber. Okay. So, lassen wir hier oben hoch. Richtung Windmühle. Da können wir nicht schnell reisen, da müssen wir hochreiten. Nützt alles nichts. Aber wir haben jetzt... Ist ja nicht so, ne? Also, ich glaube, der Timmy läuft uns nicht weg. Es sei denn, die Banditen finden den. Und, ähm... Ja, machen mit dem Knechte böse Sachen. Also, das muss ja nicht sein. Oh, oh. Warte mal, warte mal. Wir müssen weiter geradeaus, ne? Alter, was für ein Weggewehr hier. Das ist ja furchtbar. So. Auf geht's Richtung Timmy. Ja. Kriegen wir schon hin. So. Da vorne ist die Windmühle. Da ist sie schon. Wir können sie schon sehen, in der Entfernung. Bereiten wir mal einen offiziellen Weg. Ja. So, ein bisschen... Wir verkürzen mal ein bisschen. Oh. 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 Alter, Freund. Alter, Freund. Hallo, hallo, hallo. Das war jetzt... Ey, hallo. Das ist Chaos. Chaos pur. So, hier hoch. Da hätten wir noch ganz normal den Weg nehmen können. Ja. Da ist die Windmühle. Windmühle. So. Du hast entdeckt Windmühle. Alles klar. Da ist ja noch ein Müllermann, da hinten. Okay. So, steigen wir mal ab hier. Und werden wir mit dem Müller sprechen. Ob der nicht den Timmy gesehen hat. Hallo, Müllermann. Ein Dorfbewohner. Gott sei mit dir. Ähm, ich suche nach Timmy. Kennst du Timmy? Er ist ein Mordskerl und... Holzkopf? Ja, der arbeitet hier. Oder hat das mal. Was weiß ich. Ist vor ein paar Tagen verschwunden. Seitdem hat ihn wohl keiner mehr gesehen. Aber frag mal seine Schwester Mirka. Sie arbeitet auch hier. Mirka. Alles klar. Mirka. Krimel, wo ist denn Mirka? Ähm, Mirka. Vielleicht ist sie drin. Schauen wir doch mal rein. Was haben wir hier vorne denn? Nein, wie gemütlich. Ach, herrlich. So, Mirka. Mal sehen, wo sie ist. Ähm, nee. Hier ist nix. Keine Mirka. Eventuell im Haus. Vielleicht hier irgendwo. In der Schauten. Nee, in der Schauten bestimmt nicht. Eventuell. Da läuft da noch jemand rum. Lass mal kurz an die Mühle rauf. Okay, mit bestimmt die Tür. Doch, können wir öffnen. Hallo Mirka. Bist du zu Hause? Ist jemand hier? Okay. Setzen. Ach, wir können das... Ach, ich bin doch gerade sagen. Hallo? Wir können noch weiter rauf. Ey, cool. Mal sehen, wie weit wir rauf konnten hier. Hier oben ist Schluss. Okay. Aber cool gemacht, das Ganze. Also, muss ich echt mal sagen. Gefällt mir. Absolut. Gut. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool gemacht. Lassen wir raus. Die Mirka. Die muss ja irgendwo sein hier. Die Frage ist nur, wo lungert die rum? Haben wir vielleicht einen kleinen Tipp? Sprich mit Mirka. Vielleicht hier in dem Haus. Haben wir doch gar nicht gelauert, ne? Ach, da ist sie doch. Mensch, doch. Mirka. Mirka. Ich suche einen Koloss namens Timmy. Er soll hier arbeiten. So einer ist mir nicht bekannt. Bitte was? Ähm. Aber die anderen kennen ihn. Die anderen kennen ihn. Wie kommt's, dass du es nicht tust? Na schön. Aber nicht hier. Treffen wir uns hinter der Mühle. Okay. Hinter der Mühle. Treffen wir uns hinter der Mühle. Ähm. Du gehst mal vor. Treffen wir uns mal in der... Pass auf, hier ist noch ein bisschen Wasser. Ich muss mal runde waschen. So. Sehr schön. Hinter der Mühle. Mal sehen, was sie vorhat. Uns überfallen? Ich bin da. Mirka. Ähm. Wo willst du hin? Hier ist schon hinter der Mühle. Okay. So. Bitte. 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 Weil er mein Bruder ist. Er ist nicht der Klügste. Verstehst du? Und ständig bringen ihn andere vom rechten Weg ab. Und nun suchen ein paar sonderliche Gestalten nach ihm. Wer sind die? Weiß ich nicht. Sahen wie Halsabschneider aus und haben merkwürdige Dinge gesagt. Aber ich habe ihnen nichts erzählt. Das ist gut. Aber früher oder später finden sie ihn sowieso. Sag mir, wo er steckt und ich kümmere mich um ihn. Aufgabe abgeschlossen. Okay. Er versteckt sich auf Kolbens Farm. In der Nähe von Merho jetzt. Ach du Scheiße. Nein. Ach du nein. Das muss jetzt nicht sein. Vier gegen ein. Nein. Das darf nicht wahr sein. Jetzt sind wir dran. Ich habe das Gefühl, du suchst nach jemandem. Ich ebenfalls. Wir könnten einander unter die Arme greifen. Nach wem suchst du denn? Hm. Und nach wem suchst du? Nach einem großen Ochsen namens Timmy. Ähm. Ich weiß nichts über ihn. Ich fürchte, ich weiß nichts über ihn. Das ist schade. Jammer schade. Denn ich kümmere mich gut um Leute, die mir helfen. Wenn mir jemand sagen würde, wo er steckt, hätte ich eventuell Arbeit für diesen jemand. Schlaue Kerle können wir im Lager gut gebrauchen. Oh, das klingt gut. Ähm. Groschen. Ähm. Warte, warte, warte. Ich weiß nicht, wo er steckt. Ähm. Kolbensow klar. Er ist in Ratai. Okay. Wo ist euer Lager? Fragen wir da mal nach. Ihr habt ein Lager hier in der Gegend? Gewiss. Und Groschen, wenn du bereit bist, sie dir zu verdienen. Wo ist das? Na, später. Beweise erst, dass wir dir trauen können. Hilf uns, Timmy zu finden. Äh. Oh Gott. Groschen, das klingt gut. Na gut. Ich sage euch, wo er steckt. Ach ja? Wieso solltest du das tun? Wir sind doch alle Christen, oder? Wieso nicht dem Nächsten helfen? Besonders, wenn er dir 40 Groschen zahlt. Haha. Du bist nicht zufällig mein Vetter, oder? Zwei Dutzend kriegst du. Nicht mehr. Die Hälfte jetzt, die andere, wenn wir ihn haben. Abgemacht. Ähm. Er ist ein Ratai. Er soll sich in Ratai verstecken. Ach ja? Wo in Ratai? Beim Fleischer. Sie sind verwandt. Verzeih, wenn ich das nicht für wahre Münze nehme. Radan bleibt hier und wird ein Auge auf dich haben. Zu deiner eigenen Sicherheit, weißt du? Komm mit, wenn du die Eier hast. Wenn nicht, komm in die Schenke in Samopesch, sobald alles vorbei ist. Oder wir kommen zu dir. Kommt, Jungs! Bringt Kimi dazu, dir zu verraten, wo die anderen verdienten sich stecken. Ach, na super. Die machen sich dünner und du hier? Radan? Geh mir nicht auf den Sack. Geh mir nicht auf den Sack. Doch, das werde ich machen. Ich hoffe, der lässt mich die ganze Zeit näher. Na super. Was machen wir mit dem? Also, wir können, glaube ich, jetzt nicht, äh, da hinlaufen, ohne dass wir, dass der Macker uns, ähm... Mal sehen, vielleicht können wir nicht abhängen. Ich weiß nicht, ob das klappt. Ähm, tüß dann, ne? Ja! Ich hoffe, das klappt, dass wir ihn abgehängt haben. Ich hoffe, dass das funktioniert. So. Ist der weg? Ich hoffe, das klappt. Ähm, ich hoffe, das geht. Pass mal, dann müssen wir da mal rüber. Ja. Weil ohne Pferd verfolgen kann er uns schlecht. Also, ich hoffe, dass man sich in der Hände stiefelt. Der Typ. Weil wir müssen irgendwie wieder mal hoch. Ähm, warte mal. Das ist ein bisschen... Äh, ist nicht schlecht hier. Irgendwo hier muss da der Weg sein, ne? Und der Weg ist doch irgendwo hier. Wo ist denn der Weg? Ach, hier, wo ist er doch? Alles da. Kein Problem. So, ich hoffe, er ist nicht hinter uns her. Da läuft er. Wir werden den nicht los. Das ist... Der Typ ist wie die Pest. Ähm, sollen wir den erschlagen, oder was? Was machen wir mit dem Typen? Was machen wir mit dem? Wenn wir den erschlagen, dann haben wir echt Probleme. Hm, dann haben wir echt ein Problem, glaube ich. Du hast entdeckt, Merriold. Okay. Aber der Typ ist noch immer noch auf dem Fersen. Also, wir werden den nicht los. Der wird auf uns aufpassen. Das ist ein Schnellreisepunkt. Okay. Den werden wir gleich mal entdecken. So, ein Sühnekreuz entdeckt. Okay, wunderbar. Schnellreiseort auch entdeckt. Sehr schön. Hier steht ein Pferd mitten im Weg rum. Warum? Muss das so sein? Äh. Wo sind wir denn jetzt hier? Pass mal auf. Das Ölchen haben wir gefunden. Das gibt ja ein bisschen was zu entdecken. Und zwar, da oben ist ein... Es sieht aus wie ein Gestüt. Das hier oben. Lass uns mal schauen, was das hier ist. Hier können wir, glaube ich, ein Pferdchen kaufen, ne? Höchstwahrscheinlich. Oder was ist das hier? Nix. Er sagt sonst gar nichts. Okay. Warte mal kurz, ich habe den Launen. Wie spät das ist? Nein. Wir müssen da weiter rauf. Aber ich glaube mal, wir müssen mal absteigen hier. So. Es wird auf jeden Fall... Ich denke mal, das ist ein Gestüt hier. Dass man hier Pferde kaufen kann. Sieht ganz danach aus. Ja. Ein Pferdehändler. Super. Haben wir den auch entdeckt? Aber uns fehlt natürlich garantiert Kleingeld. Weil so ein Pferd ist nicht ganz ohne. Das kostet ein klein bisschen Reserve. So. Und Creme haben wir auch entdeckt. Sehr schön. So haben wir die beiden Sachen durch, die wir brauchen. Und... Der Hof ist ganz hier am Ende. So, haben wir den abgehängt jetzt? Ich glaube, der ist auf jeden Fall weg. So, reiten wir da mal rüber. Vielleicht haben wir den wirklich abgehängt. Das kann ja sein. Wäre ja eine coole Nummer. Wenn das geklappt hätte. Mal angenommen. Mal angenommen. Mal angenommen. noch die Karte. Da müssen wir runter. Nee, müssen wir nicht. Die nächste müssen wir runter. Upsala. Entschuldigung. Entschuldigung, war doch nicht mehr Absicht. War doch nicht mit Absicht. Da ist noch ein Südenkreuz. Okay. Aber wir müssen hier runter. Da ist der Hof. Dann wird er sicherlich nicht hier rumlungern. Okay. Aber früher oder später werden wir echt klein... ...also Ärger kriegen hier. Dorfbewohner. Reden wir mit ihm. Hallo. Hallo, hallo. Ich suche nach Timmy. Ach, super. Na toll. Ich weiß mal lauern, ob er hier drin ist. Timmy? Hallo? Bist du irgendwie hier? Noch eine Doppel. Versuchen wir mal, mit ihm zu reden hier. Hallo? Ich suche nach Timmy. Oh ja, vom Himmel geschickt. Auf einem Hof kann man nie genug Hände haben. Wenn gleich Gott ihn nicht gerade mit viel Hirn bedacht hat. Aber er ist stark wie ein Stier. Das kann ich dir sagen. Super. Das klingt doch noch was. Ähm, wo ist denn der jetzt? Der Timmy. Wir suchen nach einem Haufen Mensch. Ähm... Timmy. Das sieht doch noch was aus. Timmy? Warte mal. Hey, Timmy. Wie geht's? Ganz gut. Äh... Kennen wir uns? Jetzt schon. Hä? Hä? Oh, scheiße. Was willst du? Ich war's nicht. Ich wollte nicht. Ich... Was? Scheiße. Was? Wegen dem Massaker im Neuhof. Ich sah, was du im Neuhof gemacht hast. Was redest du da? Du warst nicht dort. Ich mein... Ich war nicht dort. Spar dir deine Mühe. Du warst mit dem hinkenden Heinz und Stinker dort. Ich weiß alles darüber. Was willst du von mir? Dein Spießgeselle Hinek erzählte mir, dass diese Hurensöhne ein Lager haben. Und ich will es finden. Muss es finden. Äh... Ja? Aber... Aber warum soll ich dir vertrauen? Bin ich blöd? Du könntest einer von denen sein, aber so tun, als wär's nicht so. Um mich reinzulegen. Dir sag ich gar nichts. Mhm. Weshalb soll ich dich reinlegen wollen? Weshalb soll ich dich reinlegen wollen? Herrgott nochmal. Sie haben Heinz in U-Schütze gekreuzigt. Was zum Teufel soll das hier werden? Scheiße. Scheiße, Scheiße. Was mach ich bloß? Scheiße. Ich weiß nicht, wo ihr Lager ist. Ein Haufen Pferdescheiße. Hinek sagte, dass du dort warst. Und dass Pius dir einbläute, das Maul zu halten. Du musst etwas wissen. Nun, einmal war ich dort, ja. Nur war ich ziemlich voll und bin mir nicht sicher. Versuch dich zu erinnern. Es war in den Wäldern. Irgendwelchen Wäldern, weißt du? Mit Bäumen und so. Mit Bäumen. Ey, cool. Da waren verfallene Häuser dort und so. In den Wäldern. Ach so. Da gab es eine Kirche dort. Aber eine, die irgendwie kaputt war. Wunderbar. Besten Dank. Nun leuchtet mir alles ein. Weißt du, in welche Richtung es war? Genau nördlich von Tallemberg. Wenn du von der Burg aus Hügel aufwärts gehst, dann ist ein Weg bei so Scheunen, glaube ich. Führt zum Holzfällerlager. Wenn du bei den Holzfällern weitergehst, kommst du zu diesem verlassenen Haus da. Kannst es nicht verfehlen. Sieht wie ein Haus aus. Nur verlassen. Na super. Da gehst du nach links und dann weiter, bis du zu einer Lichtung kommst mit einer Riesenbuche. Oder war es eine Eiche? Dann gehst du nochmal links. Da ist dieser enge Pfad und du gehst dem schön nach. Manchmal teilt er sich. Du hältst dich einfach links, bis du zu einer Wegkreuzung kommst bei dem großen, flachen Felsen. Dann gehst du geradeaus weiter. Immerzu. Nach einer Weile siehst du eine Brücke. Und genau da ist es dann. Tja, ist wohl besser als nichts. Aber du erzählst doch keinem was davon, oder? Hast es versprochen. Ach Mist. Hab vergessen, es dich versprechen zu lassen. Ich verrate nichts. Keine Sorge. Aber versuch's in Zukunft mit ehrlicher Arbeit. Wie wäre das? Danke. Werd's probieren. Zumindest für meine Schwester. Das Mädchen bei der Windmühle? Jawohl. Mirka. Hast du mit ihr gesprochen? Was sagt sie? Sie sagte mir, dass du dumm wie Brot bist und dich ständig in Unsinn mit reinziehen lässt. Echt? Ja, da hat sie wohl recht. Dumm wie Brot. Ach herrlich. Ist ja goldig. So, pass mal auf. Den haben wir. Was haben wir hier oben? Herr Ratzig. Alter, ist der da vorne gleich? Der ist ja cool. Der ist ja gar nicht so weit weg. Da können wir mal fix rüber uns manövrieren. So hier. Genug gegrast. Ach nee, ist doch gar nicht unser Pferd. Das Pferd ansehen. Andere ist mein Pferd. Oh, okay. Kapazität ist besser. Mut ist auch besser. Ausdauer ist auf jeden Fall besser. Geschwindigkeit noch nicht. Wen gehört denn das Pferd? Wer ist denn hier? Der Knecht ist ja uns doch gefolgt. Alter, nein. Sag bloß sowas nicht. Pass mal, machen wir uns mal dünne hier. Nicht, dass er uns doch mal gefolgt ist. Das wäre ja erst eine Katastrophe. Da. So. Sieht nicht danach aus. So, Herr Ratzig, muss hier oben irgendwo sein? Hier ist doch irgendwie ein Lager. Ein Lager entdeckt. Hat er hier ein Lager aufgeschlagen? Der Knecht ist ja Hammer. Na super. Pass mal auf. Steigen wir doch mal hier ab. Bist du blind, in Gottes Namen? Hier gehen Leute. Ja, vorsichtig. Also, Pferd ist nicht zu übersehen. Das ist nicht mal gerade so ein kleines Ding ins Kirchen hier. 63. Pass mal was essen. Freunde, ihr habt ein bisschen was über hier, ne? Machst du denn Mittagsschlaf? Ach klar, Falle, Dichtgemacht und alles, ne? Kampfplatz. Oh, wir können hier eine Runde kämpfen, wenn es sein muss. Wir können hier was essen. So, bester Kram. Herr Ratzig, komme. Wo bist du denn? Ich habe hier ein bisschen was. Informationstechnisch. Bist du hier? Da ist er doch. Der Pentah. Und Wächter. Oh, nee, hier lassen wir mal reden. Wecken wir ihn mal auf. Der Herr sei gepriesen. Was führt dich zu mir? Wegen dem Banditenlager. Wegen dieses Lagers, Herr. Was gibt es, Junge? Ich weiß, wo es liegt. Einer der Banditen, der desertierte, berichtete mir, wo das Lager liegt. Er heißt Timmy. Ist ein Mordsbrocken. Hat aber mehr Muskeln als Hirn. Das Lager ist in einem verlassenen Dorf in den Wäldern westlich von Thalmberg. Gute Arbeit. Hast du es dir angesehen? Weißt du, wie viele Männer dort sind? Viel weiß ich nicht. Bloß wo sie sich verstecken. Wir müssen mehr erfahren. Könntest du versuchen, dort etwas in Erfahrung zu bringen, das uns bei unserem Hinterhalt nützt? Je mehr wir wissen, desto besser. Und wenn du sie sabotieren könntest, während du dort bist, wäre das vortrefflich. Aber geh kein unnötiges Risiko ein. Ich möchte dich nicht verlieren. Ich versuche es. Natürlich, Herr. Also, ich werde tun, was ich kann. Genau das wollte ich hören. Du bist unsere Augen und Ohren, Junge. Unser Erfolg hängt von dir ab. Wir gib dich umgehend ins Lager. In der Zwischenzeit sammle ich meine Männer. Ich werde so viel herausfinden wie möglich. Na toll. Das heißt, das müssen wir da rein. Wir haben mal 300 Münzen verdient. Das ist schon eine ganze Ecke. Hey. Was denn? Entschuldigung. Also, ne? Meine Güte. Wir sagen mal wieder. Unabforsche Orte. Okay, pass mal auf. Da oben ist es irgendwo. Das Holzlager liegt in der Nähe. Okay, da oben irgendwo. Dann ist doch sicherlich der Ort. Alchemie Tisch. Okay. Auf jeden Fall, hier oben muss irgendwo das Dörfli sein. Nördlich von Thalenberg. Müssen wir da mal hoch. Alter, Freund. Also. Jo, wir müssen mitten rein. Na super. Das passt doch. Dann ist ein Bogenschutzplatz. Also ein Schützenplatz, wo wir ein bisschen üben können. Super. Wenn ich jetzt noch irgendwo was finden könnte. So nach dem Motto, ähm, Pfeile und so Krams. Wäre echt super. Meisterbogenschütze. Wollen wir dem reden? Guten Tag. Wie kann ich helfen? Bogenschießerbewerb? Möchte sich jemand mit mir im Bogenschießen messen? Sicher. Wozu glaubst du, ist der Schießstand da? Zuerst erkläre ich dir die Regel. Du schießt sieben, dreizehn oder einundzwanzig Pfeile. Je nachdem, gegen wen du antrittst. Das Stroh bringt einen Punkt. Der weiße Ring zwei. Und der Kreis in der Mitte drei. Wer zuerst fertig ist, bekommt drei Punkte obendrauf. Die Runde endet, wenn alle Pfeile verbraucht sind. Wer die meisten Punkte hat, gewinnt. Es ist üblich, Wetten abzuschließen. Um es spannender zu machen, verstehst du? Je besser deine Gegner, desto höher der Einsatz. Gut. Ich habe alles verstanden. Eine Sache noch. Hau ja nicht ab, solange der Wettbewerb im Gange ist. Und ziele oder schieß immer nur auf die Strohbeine. Sonst bist du raus. Klar? Jawohl. Aha. Sag mir erst, wie gut du bist. Dann suche ich einen passenden Gegner. Äh, Anfänger. Ich bin Anfänger. Macht nichts. So bekommst du etwas Übung. Anfänger schießen sieben Pfeile pro Runde. Los geht's. Hier hast du ein paar Pfeile. Du kannst auch deine eigenen nehmen. Ich trommle dann mal alle zusammen. Okay. Kleines Wettbewerbchen. Okay. Sehr schön. Warte mal. Was hat er für Pfeile? Pfeile und Waffen da. So. Ähm. Langstrecke Pfeile, Pfeile, Spitzpfeile, Wettkampfpfeile. Ach, die haben wir ausgerüstet. Na super. Alles klar. Okay, dann versuchen wir doch mal unser Glück. Äh. Oh. Warte mal. Das muss doch nochmal. Das muss doch zu klappen sein. So. Jetzt aber. Ui. Das ging nicht. Wir verlieren. Wir verlieren. Wir verlieren. Über weg. Jetzt gleich sind wir durch mit unseren Pfeilen. Ach super. Wir verlieren. Wir verlieren. Ich habe auch meinen Faden kreuzig an. Das hilft mir ein bisschen. Also gleich muss ich das nochmal machen. Mit Faden kreuz. Zack. Fünf. Der Wettbewerb ist vorbei. Heinrich gewinnt. Naja. Gut. Dann war es eben. Also wie gesagt. Ich muss jetzt meinen Faden kreuzig mal raus sammeln. Und dann mache ich das hier nochmal. Ich sage mal. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, Freunde. Ich hoffe es hat euch gefallen. Und wenn es euch gefallen hat. Nächstes Mal wieder einschalten bei Kingdom Come Deliverance. Bis dahin. Ich sage. Ciao, ciao. Ich bin raus. Weg.